hallo und herzlich willkommen zurück zu einer runde lol aram ja mit dem mörser ja da bin ich dem unifreak dem shadow x noch mal und dem cyberdose schöne größe cyberdose soll man uns ja extra merken den name also ja haben wir gemacht ich weiß gar nicht mehr ich mein cyberdose cyberdose meine ich auch hallo cyberdose was kann gregas eigentlich hier drunken rage was kann eigentlich gregas charges forward wenn ich dann mit dem fast direkt treff explodiert das sofort oder ja ok was sei lol schade schade ich hier nicht nur direkt am anfang gewischt habe so ein eventel later da ist keiner drin guck mal geil habe ich nur durch das geile spionage nsa fast rausgefunden ja wenn ich bin ich ihn treff explodiert gar nicht sofort nee nee jetzt schiebt der macht so kann ich mit kuh zünden ja ja das wusste nicht spiel das erste mal man ich hab schon gedacht was ist denn für ein scheiß skill so der der so voll lange auslöst alle gehen so ganz in ruhe weg und fast ich gehe mal zur seite ok und bist du gestorben ja 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 voll schwach voll schwach ja voll ne geht gar nicht enttäuschend enttäuschend auch gespielt boom beide getroffen so lobe ich mir das hallo da treffe ich dir alle drei von den minions ok ja alle dann hast alle getroffen damit kannst du halt auslouren und bzw chasen ja oder oder abhauen das ist nämlich ganz cooler skill ne was macht das fast eigentlich so 120 130 damage schon krass macht gut schaden und will ich auch als erstes hochskillen ja mach ich auch wie er da raus geschwungen kommt mit seinem fetten bauch ey ja und das kostet auch nicht viel ne 65 nur ey cooldown reduction brauche ich aber definitiv mit ihm sooo ja es geht eigentlich die kommen eh die cooldowns werden eh besser halbzeit ja 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 ok ja ich hoffe aua boom auch den hat er gefressen nochmal fast das ist zu heftig wenn er zu viel ja nice wenn er zu viele ähm ja wenn er so cooler und so niedrig wäre dann bitte echt krass ey später kann man sich ein bisschen holen oh man oh guck mal zack da hinten aber er tötet sie nicht er stirbt das war eine wagemutige aktion ist er da reingesprungen oder was ja mal Minion im weg so den frisst er auch noch hier der noob ey ja so guck mal nix mehr alter jawoll cool super cyber aber aber schade ja ja ich wusste noch nicht was die macht so ich hatte es mir nicht durchgelesen leider hätte ich ja mal gemacht war ja aber doch in Ordnung eigentlich jawoll drei leute getroffen das sind mir die liebsten fässer immer ja ach scheiße ja ja ich brauche ja nicht unbedingt so viel mana eigentlich jawoll äääh haut ruhig alle auf mich drauf ich habe einen skill laufen damit ich nicht so viel schaden kriege auch aua 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 uuuu ok 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 oh ah drei vertötungen nice good job gibts dafür mal jawoll hey good job achieved mein gott good job achieved soo jetzt aber jetzt muss der tower fallen hier wir sind fast bei 5 minuten 30 so geht das nicht so geht das nicht oh oh da kommt was oh oh jawoll nochmal gestunt oh 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 musst hier weg musst hier weg fuck wir wollen euch krass schaden bekommen aber optimal spiele ich den gerade auch nicht ich merke das ooooh noch so eben mit kommen alter ach schade fast den skorpioner noch getroffen jawoll ja war ein guter konter und sehr guter konter für uns auch jahr hat meine ulti da noch reingeschmissen gerade ach haha Haha. Oh, Greggaz macht eigentlich auch ganz gut Angriffsschaden, ne? Ja, nur sehr, sehr langsam halt. Geht eigentlich, fand ich jetzt, also. Ja, er steckt schon sehr langsam zu, muss man schon sagen. Ja, der ist halt auch kein je, kein hochgezüchteter, ne? Ja. Ist ja auch ein bisschen fülliger. Ja, okay. Ja, ich nehm's jetzt einfach. So, den krieg ich auch noch ab, den Bauchplatscher hier. Boah. Oh, oh. Oh, 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 jetzt sterb ich. Ja gut, 2400 hab ich. Okay, nicht schlecht. Ich bin leider ein bisschen öfter gestorben schon. Ja. Ja, ist das erste Mal jetzt. Gut, den kannst du aber auch schön dev spielen, ne? Ist halt sehr weit, das Fass. Ja. Ach guck mal, jetzt machen die, machen die unseren Tower jetzt etwa? Ne. Ne. Ach, schade, der nicht noch weggerannt ist, in uns rein. Hätte er noch überlebt, ey. Hm. So. So, schon mal ne kleine Wave hier. Komm, wie weit hinten die schon wieder stehen, ey. So, hier können sie schon mal nicht lang kommen. Oh. Ach, lol, da war ja noch Fiss hinten drin, ey. Weißt du, mir ist ja doch immer so, ich muss immer in so Packs sterben, ne? Jetzt sterb ich direkt wieder. Gerade erst eingekauft, so. Kann mir jetzt nix neues holen. Ja. Mega Abturn. Was soll's. Ja. Passiert. Und dann ist der so lahm, weißt du. Mach den Tower, der hat nix mehr. Ist jetzt wichtiger, ey. Was ist das denn? Hä, was hat... Ja, die Artillerie, die Ulti von ihm da. Ja? Ja. Achso, ich dachte zuerst, das war der Tower. Ne, die sehen so ähnlich aus, die Kugeln. Jawohl, Xerath auch tot. Jawohl, boom. Oh, ich lebe mal wieder, ich komm wieder, ich komm wieder. Ich beeil mich. Oh-ohs, oh-ohs, Cyberjows. Ja, f*** dich mal. Ja, hau mal ab, ey. Der wollte mich so hart, ne? Der wollte mich so hart. Boom, aber nix mehr hat sie. Ich aber auch nicht. Aber egal, ich hab gedacht, ich tank das jetzt mal alles hier. Scheiße. Ja, shit, ey. Ist echt keiner mehr von denen gestorben. Also, das war ja jetzt wohl, ne? Also, da brauche ich ja nix mehr zu sagen. Das war erbärmlich. Das war erbärmlich. Ja, das war echt scheiße. Also, da können wir uns nur selber ne Fresse hauen für. Mache ich jetzt aber nicht. Ja, eine Stunde, eine Stunde. Aber ich mach's erstmal nicht. Ne, ich auch, ich warte noch. Aber es kann sein, dass ich das mach hinterher. Wenn's so weitergeht und wir das noch verlieren sollten. Ja. Dann haust du jetzt selber ne Fresse, so richtig feste. Krass. So richtig feste. Richtig, richtig feste. Ja, guck mal, Zack, komm, töte doch die beiden jetzt da. Ja, nein. Hast du das gesehen? Ja. Voll fail. Nein, da kann man nicht dranhören. Ja, zieh. Ja, da wird's Angst vor von meinem 320-Damage-Fass. Ja, weiß ich auch. Ja, ich wollt grad sagen, der muss jetzt aber auch noch sterben, ey. Nein, komm ich raus. Ja, Bäm. So, alle Tope's auf einer. Ja, ich hab gut getankt, ey. Oh Gott. Aua. Oh, boah. Nee, die kriegt mich nicht. Executed? Wer hat's ihn da executen lassen? Das hab ich auch noch nicht mitbekommen. Okay. 600? Nee, ja, kann die waren da auch zu lange. Warte hin. 800 Gold. Ach so, ja, ist schon lange, ne? Hm. Oh, oh. Ja, bin da reingepullt worden, konnte ich nicht viel machen, ey. So. Oh, der geht da voll rein. Das ist vielleicht ein bisschen krass, ne? Jetzt stirbt er. Ja. Ja, ja, ja. Mann, 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 Mann. Nicht so killgeil sein, ne? Uh. Gefährlich, gefährlich, Jungs. Ja. Da, das hält's, nein. Was machst du eigentlich da? Ja, ich konnte nix machen. Ja, ich konnte nix machen, ich konnte nix machen, weißt du. War unmöglich. Oh, scheiße. Ich wollte's eigentlich nach hinten kicken. Mhm. Das wär cool. Ja. Ja. Wo sind sie denn? Voll bald weg hier? Ah, da ist Xerath. Äh, die Xerath Ulti meine ich. Oh, oh. Kriecht ihr denen alles ab? Boah, das muss ich mal hier weg, ey. Naja. Ja. Gut dämst du von mir gerade. Fuck, da wurde ich noch getötet. Natürlich. War ja klar. Ich brauch mehr Magierresistenz. Jawoll. Oh, oh. Kann mir nicht immer... Wo ist er denn hier? Twisted, du musst mir helfen. Mai. Was macht der denn nach hinten? Hat der Hells geholt aus? Weiß gar nicht. Haben wir ihn lustig gesehen. Aber wahrscheinlich. Okay, ich kauf mir jetzt mal defensive Items, glaub ich. Turn hier. AD, AD, AP, AD, AP. Ja, toll. Also, kauf ich mir erstmal Armor, wa? Ja. Oder so ein Mischmasch kauf ich. Kauf mir mal ein bisschen Armor. Ich hab jetzt mal ein bisschen... Ein bisschen Magierresistenz Gold erst. Oh, oh, der Cyberdose. Der ist geflasht. Jawoll. Cyberdose, du machst es. Cyberdose, Cyberdose. Geht da doch nicht so rein. Da war doch klar, dass du da stirbst. Unterm Tower gegen drei Leute, ey. Weißt du? Fast nicht so bekommen, aber... Ja, den einen aber nur. Du sollst mehr holen. Ja, aber guck mal. Der war gut. Der macht viel aus. Ach, hat er sich nur da raus geflasht dahin. Der Spacko, ey. Okay. Komm! Warum hat der meinen Fass nicht ausgelöst dahin? Das war jetzt mega assig. Okay, weil der Stunt war's. Weißt du? Ich pushe ihn da rein. Will auslösen. Und der stirbt einfach nicht. Das wär so awesome geworden, ne? Aber ich wär trotzdem dabei gestorben. Das ist natürlich nicht so fein. So. Jetzt brauch ich erstmal wieder 1600. Regroup! Das wär mal gut. Regroup! Wir müssen regroup machen. Es ist die Zeit für einen Regroup. Ja. Sonst gibt's auch keinen guten Job mehr. Eben. Sonst gibt's keinen guten Job mehr. Das kann ja wohl nicht sein. Boah! Na gut, er hat abbekommen, ey. Mein Gott, ey. Jetzt sind die uns aber hart am ownen hier, ne? Puh! Ja, ey. Wir müssen besser fokussieren, ne? Ja, sonst ping noch einfach, wen wir fokussen sollen. Ja, ich... Da war grad auch so Pudelmuddel. Ich hab selber auch nicht gesehen. Am Anfang. Ja, eigentlich... Ja, wahrscheinlich eigentlich... Ja, und Fizz auch am Anfang da drin, ne? Guck mal, Fizz hat fast nix mehr, ey. Ja, die waren ja alle low. Einfach und... Ja, da haben wir nicht so richtig so'n schönen AE-Damage-Feel gehabt, ne? Sind die halt tot gewesen. Ich hab zwar noch so'n Fass da reingeschmissen, aber das hat halt jetzt auch nicht so gebracht. Na, geht doch nicht... Oh. Ja. Aber wirklich. Ja, meinst du auch mal hier. Ja, hab ich grad da hingesprengt. Ja. Ah. Kommt hier noch weg, ey. Ich hau jetzt den Scheiß-Turm kaputt hier. Das ist doch nicht mit anzusehen, die Scheiße. Jawoll. So, jetzt hab ich ihn noch ein bisschen gezwungen abzuhauen. Oh, oh. Ah, Leute. Kann der mich so mitziehen, ne? Ja, klar. Hat der vorhin das schon gemacht. Ja, hab ich nicht so ganz gerafft, was da vorhin abging. Jawoll. Oh, oh. Weg hier. Weg. Hau ab. Obwohl alle gestorben noch? Krass. Hier geht's nicht mit gerechnet. Ach. Ah, Dings, ey. Fiss. So wenig nur. Es ist die da. Boah, ich muss hier weg. Wir müssen hier weg. Shit, ey. Wollen wir gestunnt? Ja. Wollen wir ihn nicht angreifen. Ja. Alles klar. Ja, er hat mich früh genug verpisst noch immer. Oh yeah, sagt er direkt auch dazu. Wir müssen Wayne rausnehmen. Ja, das stimmt wohl. Ja, das stimmt. Das haben wir ja auch schon hier im... Haben wir ja auch schon diskutiert gehabt. Ja. Unifreak. So. Aber wir sollen jetzt nicht auf die anderen warten. Sonst wird das bitter. Der Zack wird wieder zum Ballon. Ja. Ja, der ist ja mal so reingepirscht. Ja, ja. Ein bisschen pushy ist er. Wird so ein bisschen verleitet so. Ja. Ja. Mein Gott, ey. Wie hart ich aber auch gefokust werde. Boah. Ja, eins zu zwei. Oh, oh. Ja, die müssen eigentlich jetzt rennen noch zum Tower. Weil die beiden werden ihn nicht schaffen. Ja, ja. Es ist alles super verteilt hier. Jawoll. Ah, nice. Komm, mach den Fiss noch tot. Jawoll. Komm. Oh, danke. Jetzt hau ab. Cyberdose. Cyberdose hau ab. Ne, das schafft er nicht. Ne, das schafft er auch nicht. Außer noch ein Flash. Aber hat er nicht. Lol, hat er sich jetzt weggeflasht? Ja, weggebeamt? Jawoll. Raffiniert, ne? Also ich habe auf jeden Fall jetzt auch das Stundenglas. Ich kann jetzt reingehen und dann schön einfach darauf schalten, dass ich keinen Bock mehr ab Damage zu bekommen. Okay. Weißt du? So für zweieinhalb Sekunden so. Geht nicht. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich. Ja, ich auch. Also ist halt, ist Premiere halt, ne. Gregas. Aber 4817 kann sich doch schon mal sehen lassen, Phil. Ich bin sauer. Doch, doch. Sei nicht so sauer. Wir sind hier nur noch. Gezweit. Boah. Was habe ich denn jetzt abbekommen? Boah. Achso, ich habe die Ulti von Fizz auch noch gefressen, ey. Ich habe von Fizz alleine 1200 Schaden bekommen. Nice. Pass auf Xerat auf. Der macht wahnsinnig Schaden. Boah. Voll die Tastatur am Hämmern. Bam, 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 bam. Ja, habe ich aber vorgehört gerade kurz. Bam, 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 bam. Der war gar ein bisschen energisch. Ja, ist ja nicht schlimm. Das gehört ja dazu, ne? Ahahahahaha. Ahahahahaha. Dann lacht er sich kaputt, ey. Obwohl, das warte ich mal ab hier. Das kaufe ich mir noch schnell. So. Wir sind ja am Lachen von uns. Shadow X. Also so eindeutig ist er noch nicht einfach gewinnen, finde ich. Ja, finde ich auch nicht. Es hat positive Tendenzen, aber... Zumindest die Leute freuen sich das, weil sie so quasi auch ein bisschen so den Umschwung herangegerufen haben. Ja. Bam. Ja. Fuck, ey. Jetzt brennen die uns. Ach, mein Gott, ey. Ja, das ist gefährlich. Boah, von uns sind vier Leute gestorben. Ja, jetzt wird's langsam gefährlich, ey. Heftig. Jetzt holen die auch den Tower, verspreche ich dir. Meinst du? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Denk ich auch. Aber Rüstung, ey. Ja, müssen die eigentlich holen. Oh, oh. Xerat-Ulti. Ja, das ist natürlich nicht so gut gewesen jetzt da. Ist er voll rein? Ja, er hat da drin das Stundenglas benutzt, aber der Tower war sofort insta-tot. So. Oh, Cyber... Ja, er rennt auch voll rein. Aber leider steht direkt ins weiße Kohlen. D-Mail-Germann. Boah. D-Mail-Germann. Okay, der ist schon mal tot. Nice! Puh, ey. Jetzt hat er aber viel Blut gekostet. Ja, das war jetzt echt hart, ey. Aber ich bin auf jeden Fall deutlich tankiger als gerade eben noch. Ja, er ist sehr pushy, ne? Ach, Leute, der Inhibitor ist wieder da. Den sollen wir tatsächlich noch machen. Oh. Oh. Oh, oh. Bleck hier. Oh. Ich war so schnell tot, aber ich habe ja gecheckt, ey. Ja, wir sind viel zu pushy, weißt du? Einer ist noch gar nicht hier. Wir rennen einfach mal rein. Ja, Druckmann, Druckmann, ey. Ja. Oh, oh, ja. Ich hätte abhauen sollen auch. Das war jetzt blöd, ey. Ich habe gedacht, ich kriege noch einen von denen. Alter, jetzt kommen sie auch gut ran. Mhm. Der, der Inhibitor steht, unserer ist tot. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen hier zusammenreißen. Unbedingt. Bisschen mehr Depth. Ich habe jetzt noch mal eine Ulti, ne? Ja. Macht schon ein bisschen was aus. Ja, besser reingehen. Da, guck mal, Xerath alleine. Ein Schuss, was der an Schaden macht. Hast du das gesehen? Jawohl, nice. Jetzt Fiss töten. Ja, obwohl, lass ich ihn so entkommen, ruhig. Töte ich lieber hier hinten hin, bevor der Shadow stirbt. Boah, nice. Sehr gut. Fiss hat jetzt nichts mehr, obwohl Fiss noch gestorben, ne? Äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ja. Er ist gestorben? Wie das denn? Weiß ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall tot. Und das finde ich gut. Jetzt müssen wir sofort den Inhibitor machen, ey. Na, jetzt kommen die erst mal wieder, ne? Ja. Ja, aber den schaffen wir doch vorher. Oh oh, was ist denn da los? Ah, er ist auf der Weg, b***h. Er ist auf der Weg. Oh, oh oh, er war nicht gut. Was denn? Ulti. Ja. Oh, ich bin down, ja. Ja? Gleich. Ja, ja. Ihr seid halt zu weit weg, ey. Ja. Kann ich's machen aus da rennen. Mein Gott, diese scheiß Ulti von Xera, ne? Da macht dann wirklich einen Schuss, 404 Schaden? Ach nee, 351. Krass, ey. Alter, was ein Match. Ihr verledert jetzt das GG, ey. GGWP. Das Ende, ne? Ja. Krass. Tja, da reißt unser Streak ab. Aber wir haben auch ein bisschen gefiel, teilweise, glaube ich, ne? Ähm, ja, ist so... Also wir sind zum Schluss... Wir sind zumindest... Wir sind irgendwie nicht mehr so gut, ne? Ja, sind halt oft reingerannt. Sind dann einfach mal so scheiße gestorben, ne? Naja, gut. Im Pokus. Machste nix? Ne? Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Tschüss. Ciao.